Ja, versuchen wir jetzt, Herr Inglitz. Weg damit. Nein, Nick. Alle opfern sich. Aber zu welchem Preis? Ein neuer Morgen. Episode 2. Ein gespaltenes Haus. Clementine, bist du okay? Luke ist nicht mit dir? Wo ist Alvin? Was ist passiert? Es waren Stunden. Wo sind sie? Clem! Wir wurden attackiert. Von wer? Walkers. Jesus! Pete wurde getötet. Ich war mit Nick, aber... Oh Gott! Wo warst du? Wo warst du genau? Down bei der Stream. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Warte mal kurz. Mein Mann ist noch da! Geh die Räume! Luke und Alvin waren raus, um dich zu suchen. Ich sagte ihnen nicht zu gehen. Verdammt, Luke! Clementine... Kannst du... Kannst du... Please watch Sarah? Sie ist upstairs. Just distract her. And don't tell her anything! Du kannst mir vertrauen. Ich pass auf ihr auf. I'll take care of her. You can trust me. Thank you. Du wirst sicher sein. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. And... Thank you. Aber ob das so schlau ist, dass sie jetzt alleine da raus geht? Say cheese! Oh... Ich habe das unter dem Haus gefunden. Es gab verschiedene alten Sachen. Es ist so cool. Lass einen von mir. Komm schon, lass einen von mir. Bitte? Natürlich. Lass mich in eine gute Position, okay? Okay, ich bin bereit. Lass es! Das sah doch ganz hübsch. Was ist falsch? Ähm, wo ist mein Vater? Clem... Sie schrauben mich. Sie schrauben mich. Sie schrauben... Ich weiß, dass das nicht wahr ist. Sie darf nicht mitgehen. Auf keinen Preis. Sie muss hierbleiben. Entschuldigung. Ich... 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 Ich muss nur... Keine Angst. Ihm wird nichts passieren. Ich... 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 ich sei... ich... Ich... Bizkon, das wird schwerer. Okay. Was mache ich? Ich mache das. Die wichtigste Sache ist, wenn du schießt, fahre einen Atem, bevor du den Trigger holst. Nicht so groß. Was soll ich schießen? Nicht so! Entschuldigung, Entschuldigung! Vielleicht könnte ich außerhalb praktizieren. Da ist dieser Baum. Hey, schau zurück! Aber ich glaube, sie ist nicht bereit. Sie ist zwar älter wie wir, aber noch lange nicht so erwachsen wie die gute Clementine hier. Es war dämlich, aber man muss wirklich schießen können zu der Zeit. Hm, wer ist das? Da war doch jemand anderes. Und wo ist die kleine Sarah hin? Wer war das? Das ist nicht Luke. Clem, ich denke, ich weiß mich. Er kann mich nicht sehen. Du musst ihn wegziehen. Steck dich. Steck dich. Hallo? Clem, ich kann nicht schreien. Ich kann nicht schreien. Ich kann nicht schreien. Shhh. Natürlich. Keine Angst, keine Panik. Hallo? Hallo? Wer zu Hause? Kurz schauen. Hallo, da. Hallo? Wie geht's dir? Okay, wie geht's dir? Ich bin einfach gut. Danke. Meine Familie und ich haben einen Weg nach dem Meer gelegt. Ich bin etwas überrascht, dass wir uns noch nicht mit uns gehen. Was ist dein Name? Es ist egal, wie wir heißen. Clementine. Clementine? Well... Du siehst einfach wie ein Clementine. Du möchtest, wenn ich rein komme? Clementine? Ich bin aus dem ganzen Morgen und dieses Hecht hat mich aufgemacht. Würdest du bitte gehen? Das ist ein schönes Ort. Ist jemand anderes? Ich bin allein. 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 Sie hat das eine lange Zeit und ich bin für mich, ich bin mir Angst, dass sie vielleicht fällt. Vielleicht hast du sie gesehen. Ein paar der Farnbüren und einen alten Mann. Er ist ein Spanisch und seine Fischlinge. Ein schwanger Frau. Ein neuter. Ein kleiner als du. Ein kleineres Blatt. Ein kleinerer. Und eine ziemlich paltrischinliche Frau. Das ist ein viele Leute zu verlettern. Tell me about it. This whole damn thing's a pain in the ass. Wer zur Hölle ist das? Ich vertraue ihm nichts. Wer ist das? Ich weiß nicht, warum gehst du nachher, nachdem du dieses Platz findest. Hell, ich muss nur die Waffe nehmen, aber ich will sie nicht wirklich haben. Wo soll ich gehen? Äh... Okay. Zumindest wollte er uns nicht töten. Oh, das ist ein wirklich schönes Ort. Ein bisschen kürzer. Ich kenne einen Mann, der immer so solche Schuhe hat. Wie war sein Name? Oh, das ist unser. Das war nicht schlau. Oh nein. Was war das? Das war nicht schlau. Was war das? Das war nicht schlau. Was war das? Oh, das war dumm. Ich dachte, du sagst, niemand ist hier. Oh mein Gott. Nein. Nein. Darfst du ihn nicht töten. Oh nein. Ich dachte, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst... Ich weiß nicht, was du sagst, du sagst. Ich frage dich das. Wenn du sie kennst, wie viel sie dir glaubst? Was ist dein Punkt? Wenn die Leute nicht glaubst, wie kannst du sie glaubst? Hm. Ich denke, ich habe dich lange genug verletzt. Ich kann mich selbst rauslassen. Nicht zurück. Du hast jetzt einen wirklich guten Tag. Wo ist er? Er ist weg. Was, wenn er zurückkommt? Die Frage ist, wer zur Hölle war das? Und noch wichtiger, was zur Hölle wollte er von uns? Was möchte er der kleinen Sarah und dem guten Herrn Dr. Arz, ihren Vater, anstellen? Warum war er hier? Das ist wirklich die Frage. Aber vielleicht erfahren wir es ja schon in der nächsten Folge. Oder vielleicht auch nicht. In der nächsten Folge passiert auf jeden Fall etwas, was wir alle nicht geahnt hatten. Bis dorthin. Tschüss.